Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um einen Dungeon Erfolg und zwar um den Erfolg, wer steht denn da wieder im Feuer und für diesen müssen wir den seelengebundenen Goliath mit weniger als 12 Stapeln von Seelenernten im Grundsteig anwesend auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach und zwar wir haben hier den Boss hier schon gepullt und ihr seht, er stackt sich einen Debuff immer hoch, alle paar Sekunden kriegt er einen weiteren Stack und dieser Stack geht nur nach unten, wenn man ihn quasi einmal das Feuer zieht, dann wird er hier so desorientiert und verliert seine kompletten Stacks und ja, stackt sie danach nochmal hoch. Ein bisschen tricky ist es, diese Feuer tauchen random quasi hier im ganzen Raum auf beziehungsweise sie verschwinden auch random wieder, ihr habt gerade gesehen, hier rechts von mir ist eins verschwunden, ich habe mich schon neben dem rechts positioniert gehabt, das ist leider verschwunden, und dann muss ich hier nochmal zu einem anderen ziehen. Ich vermute auch, dass der quasi nie die 12 Stacks haben darf, heißt man muss eigentlich immer gucken, dass man unter die 12 Stacks ist bei diesem Bosskampf und am besten immer sich schon ein bisschen als Tank schaut, wo die Feuer sind und ihn dann reinzieht, dass er hier absteckt. Sonst ist es eine relativ normale Sache, man sollte den Bosskampf eh hier so spielen, weil umso mehr Stacks er hat, umso mehr Schaden verursacht er dementsprechend. Ja, das war es auch schon, ihr habt gesehen, ich habe es geschafft, ihn unter 12 Stacks zu halten, einmal war es relativ knapp und da haben wir das Achievement auch und ja, das war es mit dem kleinen Video-Guide, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal und ciao!